Hey Leute! Herzlich Willkommen zu einer ganz speziellen Star Wars Basis Community Folge. Denn wie ihr hier schon seht, gibt es heute mal kein Gameplay im Hintergrund, da ich von Lego dieses tolle 20 Jahre Star Wars Set zugeschickt bekommen habe. Denn Lego Star Wars feiert dieses Jahr sein 20 jähriges Jubiläum und dazu wurden zu vielen neuen Sets auch einige alte Sets neu aufgelegt. Das heißt heute läuft das so ab, dass ich euch ganz normal die neuesten Star Wars News vorstelle, Kreationen aus der Community zeige und am Ende eure Fragen beantworte. Dabei werde ich allerdings dieses tolle Anakin's Podracer Set aufbauen und am Ende des Videos werde ich das ganze Set dann noch reviewen. Bleibt also bis zum Ende dran. Okay, kommen wir erstmal zu den News der letzten Woche. Da wurde jetzt vom Disney Chef Bob Iger persönlich bestätigt, dass zumindest der nächste Star Wars Film 2022 von den Game of Thrones Produzenten Benioff und Vice produziert wird. Ob die beiden anderen Filme 2024 und 2026 auch von den beiden sein werden, ist momentan noch offen. Und diese News war für Bob Iger diese Woche offenbar noch nicht genug, da er auch bekannt gab, dass er davon ausgeht, dass bis zum nächsten Star Wars Film mindestens noch eine weitere neue Star Wars Serie für den Streamingdienst Disney Plus kommen wird. Das heißt, dass wir da also vermutlich The Mandalorian, die Cassian Endor Serie und noch eine weitere Live Action Serie bekommen und das noch vor 2022. Und diese Woche dürfen wir natürlich nicht die News von Star Wars Battlefront 2 vergessen, da das Spiel am Mittwoch ein neues Update erhält. In diesem erscheint Kamino als neue Map für galaktische Feuerschaft und Heldenfaust Schurken wird komplett überarbeitet. Okay und damit jetzt zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite sw-basis.de hochgeladen habt. JB Jolie hat 3 Porträts gezeichnet, Darth Vader in Halbzerstatter Maske, Imperator Palpatine und für alle von euch, die bei meinen Streams dabei sind, Kali als Sith. Der Gruber hat die letzten Reste der KOS gezeichnet und von Johnny stammt dieser Versuch einen Dreadnought zu zeichnen. Julius hat ein Bild einer Coruscant Wache erstellt und ein Bild eines BX Kommandodroiden. Von Dory stammt dieses Bild einer Royalen Garde Palpatines. Der YouTuber TheRedFox1337 hat noch 2 Bilder seiner Naboo Map hochgeladen, die er in Halo 2 Anniversary erstellt hat, sowie ein Bild einer Castle Map, die sehr cool aussieht. Jemand Unbekanntes hat in Minecraft einen Venator Sternzenstero gebaut und Ultra Raptor auch in Minecraft 3 Kampfläufer. Einen ATTE, einen ATSD und einen AT-AT. Von Destroyer33 stammt ein COM-RK Jäger in Minecraft, sowie eine Frachter-Fregatte aus Episode 8 und ein Plot mit einem Sternenzerstörer und weiteren kleinen Raumschiffen. Theo hat ein Bild eines armen Kampfdroiden gemacht, der ganz alleine ist und von Jan Mir stammt diese kleine Flotte. Und PK Gamer hat ein ARK 170 in einem Asteroidenfeld kreiert. Und dann kommen wir noch zu euren Lego Kreationen. Shishkröte hat eine sehr geile Klon Basis auf Thifera gebaut und von Zabit ist cool stammt ein Angriff auf einen Jedi Tempel. Und zu guter Letzt stand von Fives1310 noch ein Mock eines Angriffs auf Takodana. Und das waren auch schon alle Kreationen, die ihr in der letzten Woche auf meiner Seite hochgeladen habt. Wenn ihr euch die Kreationen nochmal genauer ansehen wollt oder auch eigene Kreationen hochladen wollt, die nächsten Montag hier mit ins Community Video kommen sollen, könnt ihr das natürlich auch im Community Tab meiner Seite sw-basis.de tun. Und damit jetzt zur Beantwortung eurer Fragen. JB Jolie schreibt, meine Frage, waren auf dem Todesstern normale Sturmtruppen oder wurden sie speziell ausgewählt? Da konnte ich leider überhaupt keine Quellen zu finden. Aber ich denke, dass es wirklich normal ausgebildete Sturmtruppen waren. Also nicht einfach irgendwelche Sturmtruppen, die aus dem normalen Sturmtruppenprogramm rausgenommen wurden und dann extra dafür trainiert wurden, um auf dem Todesstern zu dienen. Das heißt aber nicht, dass da einfach irgendwelche beliebigen Sturmtruppen stationiert wurden. Es waren vermutlich schon gewisse Sturmtruppeneinheiten, die sich bewährt hatten und die dann ausgewählt wurden, um auf den Todesstern zu kommen, aber wie gesagt nicht extra dafür ausgebildet oder trainiert worden waren. Julius011206 schreibt, cooles Video. Ich weiß, dass du dazu ein Video gemacht hast, aber vielleicht hat sich deine Meinung geändert. Was ist deiner Meinung nach der stärkste Jäger in Star Wars? Oh, das ist eine sehr sehr schwierige Frage. Wenn es an reine Bewaffnung geht, würde ich wirklich den Carwing sagen, wenn man das noch als Jäger definieren kann, denn der war eher eine Art Jagdbomber oder schwerer Bomber. Wenn das für euch kein Jäger mehr ist, würde ich auf den TIE Defender tippen, da dieser sowohl Schnelligkeit, Robustheit und Waffenstärke miteinander vereint. Sean Bischofberger schreibt, was essen die Leute im Star Wars Universum meistens? Wir haben ja kurz was in Star Wars The Clone Wars gesehen, aber was sonst eigentlich? Im Prinzip das, was wir auch essen, vielleicht leicht abgewandelt. Das heißt, die Leute in Star Wars haben auf jeden Fall Obst und Gemüse gegessen, was auf ihren Planeten so wuchs eben. Und die Leute haben auch Getreide und andere Nutzpflanzen angepflanzt. Es gab ja sogar ganze Farmplaneten, die Teile der Galaxis komplett mit Essen versorgten. Und dann gab es natürlich auch noch Nutztiere, die geschlachtet und gegessen wurden. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Foxy44 schreibt, wie hoch war der Midi-Klorianer-Wert von Luke Skywalker? Da habe ich lange recherchiert und gesucht, aber ich habe wirklich nichts gefunden. Midi-Klorianer waren ja etwas, was sowieso erst 1999 mit Episode 1 auftauchte. Und vorher ist da nie irgendjemand drauf eingegangen. Und dann wurde anscheinend auch schnell gemerkt, dass die Midi-Klorianer bei den Fans nicht so gut ankamen. Und deswegen ist das erweiterte Universum auch danach nicht mehr darauf eingegangen. Also wissen wir es, soweit ich weiß, wirklich nicht. Philip Action schreibt, mal was anderes. Aber magst du Marvel bzw. das MCU? Naja, mit Marvel meinst du bestimmt die Comics oder die generellen Charaktere. Und die Comics habe ich, um ehrlich zu sein, nie gelesen. Andere Sachen, wie zum Beispiel die alten Spider-Man-Filme von Sam Raimi finde ich sehr gut. Und das MCU als Ganze finde ich auch top. Natürlich gibt es da einige Filme wie Thor oder Thor Dark World, die eher nicht so meins sind. Aber ich war jetzt letztens auch in Endgame und der Film hat mir richtig, richtig gut gefallen. Vor allem diese Idee von verschiedenen Filmen, in denen verschiedene Charaktere auftauchen. und dass es dann nochmal Filme gibt, in denen diese Charaktere zusammenkommen. Gefällt mir sehr gut. Sowas wurde ja auch schon in Star Wars in den Büchern gemacht, dass da die Charaktere aus einzelnen Büchern in anderen Büchern zusammengekommen sind. Und sowas würde ich mir auch in Zukunft gerne für das Star Wars Film Universum wünschen. Ich denke, dass damit mit Solo-A-Star-Story angefangen werden sollte, der ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber vielleicht haben wir ja irgendwann später nochmal Glück, dass sowas kommen wird. Euer Zockerfreund schreibt, wieso konnte Luke in Episode 6 einen Würgegriff machen? Konnten das nicht eigentlich nur die Sith? Naja, generell ist ein Würgegriff nichts anderes als eine Telekinese-Fähigkeit. Das heißt, wenn man mit der Macht irgendetwas hochheben oder bewegen kann, kann man theoretisch auch, wenn man gut genug in dieser Fähigkeit ist, jemandem den Hals oder die Kehle zu drücken und damit einen Macht-Würgegriff machen. Nur Jedi setzen es traditionellerweise nicht ein, weil das zur dunklen Seite führt. Also in der Theorie könnte das von Luke wirklich da ein Machtgriff gewesen sein, ein Macht-Würgegriff. Aber in Legends wurde das Ganze so erklärt, dass Luke dann niemals Telekinese bei dem Gamoriana in Episode 6 angewendet hat. Sondern, dass es ein Jedi-Gedankentrick war und der Gamoriana nur geglaubt hat, dass er keine Luft mehr bekommt. Im Kanon weiß ich aber nicht, ob das schon irgendwie erklärt wurde. JaokLP schreibt, gibt es Großkampfschiffe, die auf dem Boden landen können? Ja, ich weiß, auf der Battlefront 2 Kashyyyk Map ist ein Venator am Boden, aber das ist doch ziemlich unpraktisch, da man ja auch sich im Weltraum beladen und reparieren kann. Ja, das stimmt schon, dass vieles auch im Weltraum getan werden kann. Allerdings ist es vermutlich auf dem Boden eines Planeten wesentlich preisgünstiger und einfacher. Gleichzeitig ist es natürlich besser, wenn man mit einem großen Schiff auf einem Planeten landet, um Truppen rauszubringen, als viele kleine Shuttles zu schicken. Und es gab einige Großkampfschiffe. Vor allem kleine wie Korvetten und Fregatten, also sowas wie die CR90 Korvette, konnten ohne Probleme auf Planeten landen. Bei größeren Schiffen wurde es dann schon schwieriger. In Legends konnten zum Beispiel Sternzerstörer der Imperiumsklasse nicht mal in die Atmosphäre eines Planeten fliegen, weil das sonst das Schiff zerfetzt hätte. Im Kanon geht es anscheinend, da ja da auch über Jakku ein Sternzerstörer über der heiligen Stadt da schwebt, aber ich glaube nicht, dass die wirklich landen konnten, da sie keine Landesstützen hatten. Sternzerstörer der Victory-Klasse, der Acclamator-Klasse oder eben wie du sagst der Venator-Klasse konnten das aber auf jeden Fall. Und General McCreavis schreibt, warum fliegen die Raumschiffe in den Filmen und Serien immer alle waagerecht, also dass kein Schiff seitwärts oder auf dem Kopf fliegt? Das ist eine sehr sehr gute Frage und eine offizielle Antwort habe ich dazu nicht gefunden. Allerdings einige Theorien, eine dieser Theorien besagt, dass die Galaxis ja nicht wie eine Kugel geformt war, sondern eher wie eine Scheibe. Und das ist ja auch wirklich so, Galaxien drehen sich und dehnen sich so aus, dass sie eher wie eine Scheibe, also wie eine dicke CD zum Beispiel geformt sind. Die Theorie geht dann weiter davon aus, dass die Schiffe sich deswegen versuchten, so zu bewegen, dass sie, wenn sie in eine Richtung weiter fliegen würden, immer auf dieser Scheibe bleiben würden und nicht nach oben oder nach unten fliegen würden. Dass, wenn mal irgendwas mit ihren Antrieben passiert, wenn zum Beispiel der Hyperraumantrieb aus Versehen losgeht, weil er getroffen wird oder so, dass die dann nicht irgendwann nach 20 Stunden ganz, ganz weit weg von der Galaxis landen, vielleicht über oder unter der Galaxis und dann nicht wieder zurückkommen. Andere Theorien gehen davon aus, dass sich die Leute einfach irgendwann mal darauf geeinigt haben, dass die Schiffe immer in dieser Position fliegen und dass dann die Navi-Computer das so einrichten, dass sie sich immer so halten. Das würde allerdings dann während eines Kampfes nicht so viel Sinn ergeben, da es da ja schon von Vorteil sein könnte, sich anders zu positionieren. Aber was sagt ihr? Hättet ihr da auch eine Theorie zu, warum die immer in der gleichen Position, in der gleichen Ausrichtung fliegt? Schreibt es unten in die Kommentare Und das war auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, schreibt sie hier unten in die Kommentare. Und damit ist auch schon das 20 Jahre Anakin Spotracer Set vollständig. Ich habe ca. 55 Minuten an dem ganzen Set gesessen und mir hat das Bauen des Sets einen riesen Spaß gemacht. Das Set hat insgesamt 279 Teile und es sind eine Anakin, eine Padme und eine Luke Minifigur dabei. Wobei die Luke Minifigur mit einem eigenen Podest kommt, da diese eine 20 Jahre Jubiläums Minifigur ist. Bei jedem der 20 Jahre Jubiläums Sets ist eine solche Figur dabei, also z.B. auch beim Snowspeeder oder bei der Slave 1. Und hier beim Podracer ist es eben die Luke Minifigur. Das Bauen des Sets an sich hat wie schon gesagt einen riesen Spaß gemacht. Das liegt auch daran, dass der Bau in 3 Teile eingeteilt war und jeder dieser Teile seine eigene Tüte mit Steinen hatte. So musste man nicht allzu viel kramen und sortieren und konnte eben fast sofort mit dem Bauen anfangen. Das war vor 20 Jahren bei den LEGO Star Sets definitiv noch nicht der Fall. Genauso wie die vielen kleinen Teile, die für sehr schöne Details sorgen. So haben fast alle Teile an den Turbinen des Podracers ein wenig Spiel und können sich noch bewegen, wenn der Podracer bewegt wird. Das gibt dem Ganzen wirklich den Eindruck, dass das echte mechanische Teile sind. Gleichzeitig sind das Cockpit und die beiden Turbinen mit durchsichtigen Technikstangen miteinander verbunden. Die sind von weitem gar nicht so auffällig, geben dem Set aber auch eine gute Stabilität. An der Technikstange die nach unten geht und auf der der Podracer stehen kann, kann man ihn aber auch gut in die Hand nehmen und mit ihm spielen. Sogar ich mit meinen 1,94 und Riesenhänden schaffe es noch den Podracer gut in der Hand zu halten. Für kleine Kinderhände dürfte das aber auch kein Problem sein. Und damit wäre mein Review für das Set hier eigentlich zu Ende gewesen, wenn mir nicht eingefallen wäre, dass ich ja noch das alte Original von 1999 habe. Und hier kann man wirklich sehen, wie Lego sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Das Set fand ich damals als Kind wirklich super, aber wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, sieht das Set von diesem Jahr natürlich 1000 mal besser aus. Dank den Technikteilen in der Mitte, die die Turbinen mit dem Cockpit zusammenhalten, habe ich dabei sogar das Gefühl, dass das neue Set wesentlich stabiler ist, als das von 1999, auch wenn das neue Set vielleicht etwas zerbrechlicher wegen den vielen Kleinteilen aussieht. Alles in allem ist dieses Set denke ich sowohl etwas für Sammler, wie auch für Kinder, die mit dem Set spielen wollen. Die vielen Kleinteile geben dem Set genügend Details, um es in einer Vitrine wirklich schön aussehen zu lassen, aber wenn man da ordentlich mitspielt, wird da auch kaum was dran kaputt gehen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Sets liegt bei 29,99 Euro. Ich verlinke euch das mit einem Amazon Partner Link auf der Amazon Seite von Lego und da wird dann auch ein Link zur Lego Seite mit den 20 Jahre Star Wars Produkten sein, wenn euch das interessiert. Nochmal vielen vielen Dank an Lego, die mir ja das Set zugeschickt haben. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.